okay leute das ist heute auf jeden fall ein feuerwerk der gefühle also unfassbar was hier heute passiert ich meine wie kann das sein dass einfach jeder einzelne kandidat mich heute irgendwie im herzen getroffen also wirklich richtig richtig toll unfassbar ich höre nichts noch 30 bundles sagt das haben wir gerade wir haben nur noch 30 single bundles online und jeder der ein single bundle sich holt bekommt auf jeden fall eine autogrammkarte von mir und jetzt schaut mal leute hier sind wir gerade alle sind sehr aufgeregt hier jan gibt gerade ein interview nach seinem auftritt also ich fand ihn auf jeden fall sehr 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 stark was meint ihr leute wer ist bis jetzt euer favorite schreibt mir einfach in die kommentare wer euer favorite ist das wird jetzt richtig spannend leute es wird richtig richtig spannend wen fandest du am besten es ist sehr schwer zu sagen also es ist wirklich schwer zu sagen ich glaube die leute warten auf mich für ein interview leute ja alles gut filmt ihr mich einfach okay wollt ihr mal sehen wer hier alles am start ist wir sind gerade in der werbepause live weil meine fans ist gewohnt sind ich gehe immer live in der werbepause und wir chillen ein bisschen und ich check hier gerade wer hier für wen ist lea schreibt aber leute alle sind unfassbar unfassbar deswegen es wird sehr spannend weiterhin nächste woche sind wir einfach schon im finale und ich bin froh dass ihr alle dabei seid jetzt wortet auf jeden fall für euren liebling und wir sehen uns dann in der nächsten